Als Blockadebrecher bezeichnet man Schiffe, denen es während eines Krieges gelingt, eine Seeblockade zu durchbrechen, um den Zielhafen bzw. die Hohe See zu erreichen. Viele Blockadebrecher waren bewaffnet, um auch den Handelsverkehr der Gegner zu stören. Geschichte Die Vitalienbrüder, unter ihnen Klaus Störtebäcker, begannen ihre Laufbahn auf Blockadebrechern bei der Belagerung von Stockholm. Seeblockaden und Versuche, diese zu durchbrechen, gab es auch in größerem Maßstab. So zum Beispiel die französische Kontinentalsperre zur Zeit der Napoleonischen Kriege oder die Seeblockade der Konföderation während des Amerikanischen Bürgerkrieges. Im Ersten Weltkrieg errichtete Großbritannien eine umfängliche Seeblockade in der Nordsee. Dennoch konnte die Blockade durch deutsche U-Boote und vereinzelt auch durch Überwasserschiffe, vor allem Hilfskreuzer und Hilfsschiffe, durchbrochen werden. Im Zweiten Weltkrieg gelang es einer kleinen Anzahl deutscher Handelsschiffe, die vom Ausbruch des Krieges in weit entfernten ausländischen Häfen überrascht wurden, durch die anfangs noch recht durchlässige britische Seeblockade nach Deutschland zurückzukehren. Das wohl bekannteste Beispiel war der Passagierdampfer Bremen. Für die eigentliche Kriegführung und die Versorgung Deutschlands mit bestimmten Rohstoffen waren jedoch die von 1941 bis Ende 1943 vom Marinesonderdienst auf der Route Japan-Europa eingesetzten Blockadebrecher von erheblich größerer Bedeutung. Umgekehrt wurden Chemikalien, Maschinenteile und andere kriegswichtige Güter von Europa nach Ostasien verschifft. In beide Richtungen wurden deutsche Frachtschiffe, aber auch italienische sowie erbeutete Schiffe eingesetzt. Der letzte Blockadebrecher, dem der Durchbruch noch gelang, war die Osorno, die im Dezember 1943 die Gironde erreichte. Danach musste die Zufuhr kriegswichtiger Rohstoffe von und nach Ostasien durch Überwasserschiffe wegen der nahezu lückenlosen Feindüberwachung unterbleiben. Schon seit 1942 wurde diese Aufgabe daher auch von großen deutschen U-Booten sowie italienischen und japanischen U-Booten durchgeführt. Im Zweiten Weltkrieg wurde von deutscher Seite für erfolgreichen Durchbruch ein Abzeichen für Blockadebrecher gestiftet. Bekannte Blockadebrecher Sezessionskrieg Alabama führte zwei Jahre Kaperkrieg auf Seiten der Südstaaten. Die Banshee war ein speziell konstruierter Blockadebrecher, um Waren in die Konföderation aus- und einzuführen. Erster Weltkrieg Deutschland durchbrach als Handels-U-Boot mehrmals die Nordseeblockade, um kriegswichtige Fracht von und nach Nordamerika zu transportieren. Libau durchbrach die Nordseeblockade, um irische Aufständische zu unterstützen. Marie durchbrach die Nordsee- und Ostafrika-Blockade, um die deutsche Schutztruppe zu versorgen. Rubens durchbrach die Nordsee- und Ostafrika-Blockade, um die deutsche Schutztruppen zu versorgen. Zweiter Weltkrieg Doggerbank war eine Prise des Hilfskreuzers Atlantis, die zum Blockadebrecher und Minenleger umgerüstet wurde. Dresden fuhr erfolgreich nach Japan und wieder zurück nach Europa. Ermland fuhr als erster Blockadebrecher von Japan nach Europa. Erlangen wurde bei Annäherung des britischen Kreuzers HMS Newcastle am 25. Juli 1941 selbst versenkt. Himalaya, italienischer Blockadebrecher, verließ Eritrea im März 1941 und gelangte über Brasilien am 30. August 1940 nach Bordeaux. Odenwald wurde auf dem Weg von Japan nach Europa durch die amerikanische Neutralitätspatrouille aufgebracht. Osorno war der letzte deutsche Blockadebrecher, der die französische Küste erreichte. Ramses wurde bei Annäherung eines australisch-niederländischen Flottenverbands im Indischen Ozean selbst versenkt. Rakutis wurde bei Annäherung eines britischen Kreuzers im Atlantik selbst versenkt. Rio Grande wurde auf der zweiten Rückfahrt aus Japan bei der Annäherung eines amerikanischen Kreuzers im Atlantik selbst versenkt. Regensburg wurde bei Annäherung eines britischen Kreuzers im Nordatlantik selbst versenkt. Spreewald fiel irrtümlich einem deutschen U-Boot zum Opfer. Sonstiges Auch in der Literatur findet sich das Thema des Blockade-Durchbruchs wieder, etwa bei Julius Wernes die Blockadebrecher. Eine Abenteuer-Kurzgeschichte, die zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges spielt. Spreewald fiel. Spreewald fiel. Spreewald fiel. Spreewald fiel. Spreewald fiel.